Mit diesem Versuch will ich mich für, ähm, 50.000 Abonnenten bedanken. Warnung! Das folgende Video liegt nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Wisst ihr, wie Streichhölzer funktionieren? Die Reibefläche besteht aus rotem Phosphor und das Material auf den Streichholzköpfen ist eine unreine Form des Oxidationsmittels Kaliumchlorat. Dieses reagiert sehr heftig mit rotem Phosphor und sobald diese beiden Chemikalien zusammen erhöhter Wärme oder Druck ausgesetzt sind, das kommt zum Beispiel durch die Reibung zustande, wird eine solche heftige Reaktion ausgelöst. Hierbei reagiert das Kaliumchlorat mit dem roten Phosphor zu Kaliumchlorid und Phosphorpentoxid. Und die bei dieser kleinen, aber stark exothermen Reaktion entstehende Wärme sorgt wiederum dafür, dass das restliche Kaliumchlorat das Holz entzündet. Das ist ziemlich viel für so einen kleinen Effekt, oder? Aber um die 50.000 Abonnenten zu feiern, habe ich mich mit ein paar Abonnenten zusammengesetzt und gemeinsam haben mir 50.000 Streichholzköpfe abgetrennt. Diese haben natürlich auch Vlogs zu den Vorbereitungen gedreht, welche ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Für die 50.000 Streichholzköpfe habe ich aus einem alten Feuerlöscher aus meinem Trockeneis-Selberherstellen-Video einen Behälter gebaut. Diesen habe ich dann auch seitlich aufgebohrt, damit ich später eine Wunderkerze durchführen kann. Diese ermöglicht mir eine zeitverzögerte Zündung, weshalb ich den Sicherheitsabstand aller Beteiligten gewährleisten konnte. Den Behälter haben wir dann anschließend noch auf eine feuerfeste Unterlage in brandgefahrloser Umgebung gestellt. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie viel Power eigentlich hinter dieser Zahl steckt. Erstaunlich, oder? Das ist meine Art, sich für eine so tolle und aktive Community zu bedanken. Was haltet ihr von diesem Versuch? Und wie lange kennt ihr den Kanal-Tech-Taste schon? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, musst du dir noch unbedingt mein Video anschauen, indem wir Dinge in reinem Sauerstoff verbrennen. Und vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und den Abo-Knopf zu drücken, um kein weiteres Experiment mehr zu verpassen.